Sarah Engels schaltet sich im Streit zwischen ihrem Mann Julian Engels und ihrem Ex Pietro Lombardi ein. Eigentlich versteht sich die Patchwork-Familie relativ gut miteinander. Saras und Pietros Sohn Alessio wohnt abwechselnd bei Mama und Papa und kommt mit den neuen Partnern seiner Eltern gut klar. Kürzlich sorgte jedoch ein Instagram-Beitrag auf Julian Engels Account für Ärger bei Pietro. Der Fußballer hatte in einer Story geschrieben, der Große konnte nicht schlafen und hatte Angst, weil er ein gruseliges Video am Wochenende gesehen hat. Das wollte Pietro nicht so auf sich sitzen lassen und konterte, warum rufst du nicht an und sagst, hey, Alessio konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Hat er bei euch etwas komisches geschaut? Pietros Meinung nach lasse Julian ihn und seine Verlobte Laura Maria Rüper in einem schlechten Licht dastehen. Nun hat sich Sarah Engels in den Männerzoff eingemischt und stellt in einer Instagram-Story klar.